Hilfreiche Präsenz Jeder, der sich echt und ehrlich aufrichtet in unserer Welt, wird für sie schon bald gefährlich. Er durchschaut, wie sie verfällt und durchstößt das Wahngewebe weltzerfressender Manie und verlässt das Wahngehege, beugt vor keinem mehr die Knie. Von den egomanen Göttern, die durch Geld und Leistung glänzen, löst er sich, denn sie verbrettern die ihm hilfreichen Präsenzen aufrichtiger Lebensart in durchlebter Gegenwart. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch Lasse los, er lauscht es. Gedichte, Lieder, Wortbilder. Es ist 2022 bei Bot, Book on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot, Book on Demand, Thalia und ausführlicher noch bei Google Books. und offert wieder ihre Wahngehege. towards Spiel Untertitelung des ZDF, 2020